Selektion beginnt in 3, 2, 1 Ich meine, so gut wie die Stadt ist als Startgebiet, ist es halt scheiße, wenn du weg musst. Weil das halt so ziemlich am Rand ist, auch ziemlich weit oben. Es ist so semi-mittig, je nachdem. Ja. Aber hier gibt es halt auch nichts in der Mitte. Das heißt, die erzwingen mit dem Map-Design auch, dass man sich mehr bewegen muss. Ja. Außer Shooting Range vielleicht, da kannst du Glück haben, dass du ziemlich lange... Hm. Ist die Frage, wollen wir da bleiben, oder wollen wir mal wieder ein bisschen abseits? Abseits wäre zum Beispiel rechts von Shooting Range. Ja, können wir machen. Okay. Geht so leid, hast du genug gebettelt, oder? Danke. Was? Genug gebettelt, willst du jetzt erstmal hier in eine ruhige Zone. Achso, so als Abwechslung finde ich das ganz schön. Wir können auch mal da nach Süden gehen zum Car-Disposal, wenn wir irgendwie halbwegs Waffen finden. Jo. Da war ein Kästchen, das sind auch höchstens drei. Drei, das ist ja so gut wie nix. Ja, wir sind ein schlimmeres gewohnt. Also ich habe hier SMG-Magazine und so, aber noch keine Waffe. Wozu? Oder die waren nur noch nicht gerendert, muss ich vielleicht gleich nochmal hingehen. Das holt Reifelflash-Eider. Evo. Oh. Moosin, alt. Das wird immer schlimmer. Halleluwak. Direkt equipped mit Vertical-Magazin und Flash-Heider. So gut. Oh. Aber nur irgendwie so 40 Schuss oder so. Kann dir noch ein bisschen Natomony mitnehmen. Ja. SMG-Magazin könnte ich dir geben. Mhm. Hier, warte, 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 warte. Äh, hier. Brauchst du noch ein Magazin? SMG? Äh, ja gern. Danke. Was für ein Service. Danke. Das einzige, was ich gefunden habe. Das MG-Magazine. Hahaha. Okay, das ist schade. So, hier drin ist gar nichts außer... ...n AR-Silencer. Hm. Ja, das ist meine Starthalle gewesen. Okay. Ja gut. Dann sind wir hier durch. Oh, ich bin doof. Ist das so? Ja, ich habe dir meine komplette Natomony gegeben, obwohl ich eine Lohwak habe. Bist du noch eine Lohwak? Jo. Gut, dann kriegst du die Lohwak einfach. Ja. Willst du noch ein MP5? Jo. Äh, dann kriegst du noch mehr Natomony. Äh, willst du einen Compensator für die AR? Hm. Flash Heider. Dann fahr ich das weg. Ist der neue heiße Scheiß. Ja. Ja. Oh, wir sind nach Norden. Oh Gott, das ist ein Chemie-Ding. Haufen Leute mal spawnen. Geil. Ja, ich weiß nicht. Hm. Da ist doch schon Action da unten. Hm. Mhm. Aber ein bisschen westlich davon ist auch noch ein Loot. Haufen. Dann gehen wir da looten. Loot! Ein kleines Häuser-Konglomerat. Ja. Ganz schön Action, ey. Mhm. Dann sehen wir mal auch ein Craig, hier in der Launch um... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, willst du dich? SMG-Flässcheider? Ja, ja, würde ich nehmen. Oh, sehr schön. Ah, hier liegt auch nochmal 9mm, SMG-Magazin, so weiter. Voll gut. Sehr schön. Das war's. Hat sich ja schon gelohnt herzukommen. Oh ja, geht so. Ah, komm. Noch weiter, noch zur Guest Station. Easy, machen wir. Oder wo ist der Drop? Norden. Hm. 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 Ich scanne mal profilaktisch. Wollte ich dir grad vorschlagen. Das war doof ein Gedanke. Sehr schön. So freizügig hier am rumrennen. Kann ja nicht immer gut gehen. Das ist gar nix. Ne. Ich mein Auto. So. Da hätt ich ne Lowa. Kann ich jetzt bisschen Munition mitnehmen. Kranker Scheiße ey. Hm. Das ist die Tankstelle. Der war doch irgendwo der Drop. Der war weiter links. Oder noch weiter am Laden. Oder links. Ja. Meine ich. Farmers. Ganz klar. SMG Magazin und 9mm Money. Wenn's dir nichts ausmacht, dass du die aus dem Beton schneiden musst. Ah. Äh. Magazin brauche ich gar nicht. Flaschetta brauche ich auch nicht mal. Tatsächlich. Okay. Da 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 da. Hier sind noch zwei Schuppen. Ich hab grad richtig viel Spaß. Sind da im Nordosten, Nordwesten. Was ist das? Nordwesten nochmal ein paar Häuser oben. Hm. Das war ja Scope ja wenigstens schon mal gut, wenn ich schon keine M4 finde. Das stimmt. Oder irgendwie noch ein Vertical oder Magazin oder irgendwas. Gönnt mir hier gar nichts die Runde, ey. Ja gut, Lovax ist schon mal besser als gar nichts, aber... Hm. Zumindest eine ist ja halbwegs ausgerüstet. So, jetzt scanne ich mal profilaktisch. Oh, tatsächlich. Ohlala. Da ist ja tatsächlich einer. Ich kann dann auch gleich nochmal scannen. Da ist auch die Frage, ob das wirklich nur einer ist. Da oben am Kaktus ist einer. Und an diesem Turm rechts daneben ist auch einer. Kern. Da ist ein Betonturm. Ich scanne noch mal. Ja. Uh. Das sind die da oben, die gescannt wurden, gar nicht hier. Oh, da läuft einer. Tod. Oh, jetzt hat sich einer hergeseilt, oder? Da gleitet einer. Ja. Da hinten. Ich hab leider überhaupt keine Deckung hier. Wir müssen auch hart nach Südosten, ne? Ich komm mal runter jetzt zu dir. Ja. Okay, hauen wir einfach ab. Ja, wir haben ja einen umgebracht. Gut. Ich hab leider keine Zeit gehabt zum Looten, aber was soll's. Ich hab ein AR-Magazin noch rausnehmen können. Oh, sehr schön. Der hat auch noch einen 4er-Scope. Das hab ich dann irgendwie liegen lassen, weil ich schon eins hab und es ja sowieso nicht so wirklich brauch. Ja, aber... Ja, ich hätte das auch nur zum Umgucken gebraucht. Ansonsten war das auch nicht so geil, was er hatte. Vielleicht hätte er noch irgendeinen Flash-Hider gehabt für mich, aber... Nix kriegsentscheidendes. Gut. Ey, Gunnar, ich hab einen Kill. Hör. Mhm. Mhm. Der hatte mich auch gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Das ist wahrscheinlich einer von denen, die sich da oben gebettelt haben. Vielleicht hat er den anderen sogar umgebracht und wollte dann zurück. Wobei, danach war ja noch einer mit dem Gleiter, also da waren es schon noch zwei. Mhm. Opo Gleiter. Ah. Ich glaub ich hab ein paar Luzinationen. Ich bin schon völlig geschädigt. Okay. Das ist schön, wie die Ding so, auf der Stelle hätte ich ein bisschen umlaufen. Da sind auch diese Häuser an diesem großen Silo da links. Also rechts von uns. Mhm. Aber... Die sind... Da sind auch Explosionen. Die sind auf der Map tatsächlich eine Ecke weg von dem Dings, aber soweit ist das gar nicht, ne? Die müssen sich erstmal dran gewöhnen. Die werden da versuchen nach Taipedo Town oder wie es heißt, Tanjejo Town. Taipedo Town. Ja. Das wäre doch cool, wenn das hier in der Wüste so heißen würde. Mhm. Aber eben da... In der Gegend irgendwo sind ständig Explosionen gewesen. Da ist auch Smoke grad. Ja gut, das ist ja die Stadt, da sind einige gespawnt am Anfang und das hat auch so eine gute Stelle, um sich irgendwie zu verschanzen, jetzt fürs Ändern, ne? Mhm. Oh fuck. Ja. Warte mal, ich kann... Ich kann hin smoke. Ja, hab grad gesagt. Ah. Ja, ich hab nur gehört, ich kann. Ja, hab grad gesagt. Mehr hab ich auch nicht gesagt. Achso. Ich komm. Sehr schön. Boah, von hinten. Ich bin mal im Smoke. Ähm. Ich smoke einfach nochmal hier hin. Keine Ahnung, wo das jetzt gelandet ist, aber... Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Echt? Ich auch nicht. Bin hier völlig zugesmoked. Okay, jetzt seh ich wieder was. Oh. Hier links von mir. Äh, südlich. Da in diesem Schild ist er. Mhm. Einen hab ich genockt. Ohlala. Mein genockt das Tod. Aber einer lief da noch. Ja. Ist der hier noch irgendwo, oder? Ich hab keine Ahnung. Kannst du das scannen? Ach, du bist tot. Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vor lauter Verzweiflung her. Klar, ich rede ja auch noch fröhlich mit dir. Ach je. Der sitzt wahrscheinlich im Smoke und loot mich erstmal. Jetzt muss ich quer durch die Stadt und... Der Smoke ist weg. Scheiße, jetzt darf ich in anderthalb Minuten quer durch die Stadt auf die andere Seite, ey. Alter. Du schaffst das. Ich hab ein Seil gehört. Das hab ich nicht gehört. Ich meine, es war vor dir irgendwo. Also Richtung gelbes Haus. Aber... Aber... Du kannst ja nicht genau sagen, es war sehr leise. Ja. Wahrscheinlich irgendwo da Stadt. Mhm. Da oben sind welche. Ich bin kurz weg. Mhm. Lass mich ruhig im Stich. So. Also, ich bin kurz weg. Ja. Ich bin kurz weg. Ich bin kurz weg. Drei mal. Ich bin kurz weg. Oh, das ist das eine Gewohnheit. Irgendwut. Du bist dann weg. Der ist ein Seil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, noch sechs Leute. Der Hubschrauber dämpft jetzt halt auch super viele Geräusche. Also, so Schrittgeräusche. Oh, da. Fuck, da rechts sieht es noch. Ach, das waren sogar mehrere. Ja, zwei. Oh, schade. Ah, verdammt. Viel gekriegt. Ja, da hätte ich gleich hinter den Kisten hocken sollen, dass ich das noch da oben gleich sehe, weil ich höre sie ja, wenn sie rumgelaufen kommen. Hm. Die Chance ist ein bisschen besser gewesen. Ja. Die Chance ist ein bisschen besser gewesen. Vielen Dank.